Malzett, ich stelle wie in der Klochen wieder hier. Heute wieder UAPS, Ultimate Epic Battle Simulator, hier Golden Knights, 100 Golden Knights gegen 6000 Red Coats, ich habe jetzt überliefert, sind Red Coats, und habe nochmal schnell mal nachgeschaut, und das sind irgendwie diese Rotröcke, würde man sagen, und das sind Infanteristen, irgendwo, ich habe nur vergessen, ob das Französische waren, oder so, keine Ahnung, aber ich stelle sich so, wie im Prostischen Krieg, die haben auch diese, diese Dreieckigen Hut auf und so, ne? Und bin ja mal gespannt, wie das, was wird, Golden Knights, ich habe hier schon gesehen gehabt, das sind so schwere, so Elite-Ritter gewesen, und ich kann jetzt nicht sagen, ob die, ob das Fiktion ist, ob sie überhaupt wirklich gab, oder so, aber wir schauen mal, wir schauen mal, was hier so geht, ich habe hier eine Karte halt ausgesucht, wo man auch mal ein bisschen was anderes sieht, und so, wo ich jetzt drauf achten muss, ist, dass, ja, hier sieht man es nämlich, gar nicht alle Red Coats da. Da sieht man erstmal, wie viele Red Coats eigentlich fehlen, das heißt, wenn man solche riesigen, ähm, Sachen eingibt, ja, schade, ärgert mich jetzt ein bisschen, aber okay, ich fange trotzdem mal das Gefecht an, also, über 3600, ähm, Rotröcke gegen 100, äh, Golden Knights, mal gucken, wie das funktioniert. So, sie sieht schon schick aus, ne? Sind schon schick und so, äh, die FPS sind heute auch besser übrigens, äh, anders als beim ersten Mal, als ich gespielt habe, keine Ahnung, warum, also abgekackt ist, vielleicht war das einfach ein Spiel für den Server da. Das ist schon, ich, ich, Entschuldigung, ich bin immer noch so ein bisschen am Fummeln mit der Kamera. Guck mal, einer haut zu und vier fliegen weg. Also, die killen ja schon was, ne? Auch wenn es nicht so ein und vier ist. Doch, die Golden Knights, jetzt habe ich das, jetzt bin ich in den Zahlen verrutscht. Guck mal, die haben S6 gekillt, während die Golden Knights, die Goldenen Ritter hier schon, äh, fast 200 weggeballert haben. Also, die hauen ja richtig rein. Ist die Quage, schaffen die das noch? Ich glaube, ich habe ja nur noch, äh, 80 sind jetzt noch übrig. Ich gucke noch ein bisschen, ist immer blöd, man guckt auf den Zähler und gleichzeitig gucken wir aber auch hier, wie die alten Weckmetzeln, aber die hauen schon rein, ne? Kann man ja nicht meckern. Gut, jetzt sind es leider nicht 6.000, ich glaube bei 6.000 wären die auch viel schneller weg gewesen. Ich weiß gar nicht, wohin soll. Äh, wären die auch viel schneller weg gewesen. Die hauen schon rein, aber man sieht ja doch, wie viel eigentlich noch übrig sind, ne? Die haben zwar fast 800 jetzt ungenietet schon, aber, äh, bei 3.600, klar. Okay, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre es auch sehr schnell vorbei gewesen, ne? Gut, dann hätte ich es anders angefangen, aber, das sieht schon krass aus, ne? So die Haufen Leichen hier, Leichenberge, die da rumliegen. Da auch ein bisschen vereinzelt, also ist schon interessant, wo die sich dann auch teilweise so, ähm, hinbegeben. Äh, warum ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, ist, ich, ich, ich habe das schon abgedacht. Die sind plötzlich so in der Stadt platziert, ne? Damit auch mal ein bisschen was anderes zu sehen ist, als wenn es mal so, äh, einfach nur eine Fläche, eine gerade Fläche. Ja, die haben jetzt 1.000 schon ungenietet. Über 1.000 haben sie ungenietet. Sieben sind noch da, wo sind die eigentlich? Das müssten die hier sein. 2, ah, ja, okay. Das ist wohl, einer, einer ist noch, einer ist noch. Der letzte, hau doch die vorne um. Stimmt, ein Hanna weghaut. Zack, ah, ist er gefallen. Wie ein Held. Ja, okay. Okay. Ja, war witzig, war witzig. Nur ganz ehrlich sagen. Okay, das war's dann eigentlich auch. Ich wollte das nur aus Jux, äh, nebenbei mal so machen. Wir sind jetzt beim nächsten Video. Würde ich mal ganz einfach behaupten. Äh, haut rein, bis denn dann. Und, äh, Ultimate Epic Gatter Simulator. Bis denn dann. Ciao, ciao. Oh, cool.